Ja, na klar ist der. Den habe ich auch hier im Karussell getroffen, den Tag. Da hat der auch wieder irgendwas gesagt. Der ist höchst hochaggressiv. Ein hochaggressiver Typ, aber hochgradig. Bala, Bala. Der ist so richtig bescheuert. Ich weiß ja nicht, was die immer das Chathouse so anpreisen. Die Leute beschweren sich ja immer, dass da immer so ein Müll läuft, dass man sich ja nicht unterhalten kann. Ja, ist so ein scheiß Laden da. Ja, nur weil wir nun die Technik beherrschen und das ausschalten können, ist das natürlich für uns angenehm. Ja, gehört das ja nicht. Alles, was ich hören will, schalte ich ein, was ich nicht hören will, ist ausgeschaltet. Diesen Krempel, dieser Krempel ist natürlich ausgeschaltet. Ja, da kennt sich keiner mit Technik aus oder irgendwas. Da gibt es halt immer so Störenfriede. Ja.